Ja, hallo. Mein Name ist Ali Anbari. Ich bin der Maler der Arbeit von Samia. Ich fühle mich sehr geehrt, dass das Museum am Dom diese Arbeit gekauft hat. Es zieht sich an das Rue Lied von der Bibel und ich habe versucht, die Texte auf Persisch zu übersetzen und auf diese Arbeit reinzubringen. Und die Farben sind auch die Farben, die in das Rue Lied vorkommen. Und insgesamt, das Bild war für mich eine ganz, ganz, ganz spirituelle Arbeit, welche mich, besser gesagt, womit ich meine erste Begegnung mit der Bibel hatte. Und das habe ich die ganze Zeit genossen. Dankeschön.